Welche rechtliche Wirkung hat es, wenn das Unternehmen die Ware oder das Material annimmt? Welche rechtliche Wirkung hat das, wenn das Unternehmen die Ware und das Material annimmt? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, denn die Antwort lautet hier, die rechtliche Wirkung ist, Vermeidung des Annahmeverzuges. Ich weiß nicht, ob da viele drauf gekommen werden. Man muss sich einfach fragen, ja was passierte denn, wenn das Unternehmen die Ware nicht annimmt und dann, wenn ein Unternehmen Ware, also Ware oder Material, die zur rechten Zeit in der richtigen Menge an den richtigen Ort gemeldet, die richtige Ware zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geliefert wurde, wenn das nicht angenommen wird, dann nennt der Jurist das Annahmeverzug, denn der Käufer ist verpflichtet, die Ware anzunehmen. Und dadurch, dass das Unternehmen das tut, vermeidet es den Annahmeverzug und kann trotzdem, ja das müssen wir auch noch festhalten, trotzdem ist eine Mängelrüge möglich. Man verspielt also nicht die Möglichkeit der Mängelrüge. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.